Gittis Teekastel in Thamsweg und St. Michael verarbeitet erlesene Lungauer Kräuter zu patentierten Teespezialitäten. Der Betrieb ist jedoch nicht nur für köstliche Teesorten, sondern auch für vielerlei Geschenkideen und weitere hochwertige Natur- und Gesundheitsprodukte ein ausgezeichneter Anlaufpunkt. Die Lungau-Manufaktur, deren Erzeugnisse Sie in Gittis Teekastel finden, stellt in liebevoller Handarbeit ein wunderbares saisonales Sortiment her, das rund 60 Produkte umfasst. Die Zutaten hierfür stammen aus garantiert biologischem Anbau. Ein besonderes Augenmerk gilt dem erst vor kurzem angelegten Schaukräutergarten, dessen Ernte für handverlesene Kräutermischungen genutzt wird. Wer Gittis Teekastel besucht, den erwarten umfangreiches Fachwissen und eine große Auswahl an Genüssen jeder Art. Das freundliche Team freut sich bereits auf ihren Besuch. Ausführlichere Details gibt es auf www.teekastel.com Untertitelung des ZDF für funk, 2017